Bildung darf nicht abhängig sein von der Herkunft und vom Geldbeutel der Eltern. Wir wollen gute Bildung für jedes Kind. Wir wollen gebührenfreie Bildung von der Kita über die Schule bis hin zu den Hochschulen. Und dafür brauchen wir qualifiziertes Personal, gute Betreuungsschlüssel in der Kita, mehr Lehrerinnen und Lehrer, mehr Personal an den Hochschulen. Wir brauchen gute Arbeitsbedingungen und gut ausgestattete Schulen im Ganztagsbetrieb. Wir müssen die Inklusion endlich umsetzen, weil das ist ein Menschenrecht. Und wir brauchen eine höhere Priorität für die Bildung. Deshalb gute Bildung für alle Kinder, denn Bildung ist ein Menschenrecht und darf nicht zum Privileg werden. Am 28.10. Die Linke wählen.